Ja! Ja! Entschuldigung, was haben Sie da gesagt? Ich sagte willkommen, bitte setzen Sie sich. Jemand hat Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Mein Bruder. Du hast noch einen Bruder? Erzählen Sie mir von ihm. Mein Sohn. Warum ist er noch anwesend? Wer ist er? Was ist er? Ich bin, was du willst, dass ich bin. Ich bin deine Angst ganz tief in dir drin. Komm näher. Komm näher. Wo glauben Sie kommt er her? Wenn ich erscheine, ob ich deine Warnvorstellung bin oder aus Fleisch und Blut. Ich bin da. Naja, da ist nichts. Bin alt und doch auf wie Sturm und Drang. Und ich sing mein Lied ohne Wort und Klang. Ich schwöre dich. Oh nein! Ich schwöre dich. Nathalie! Du verrollst deine Schwester aus Glas. Tod aus Saar und Tochter der Nacht. Er und Entgut verletzt auch sie. Ist nicht da. Ist nicht da. Ist nicht da. Ist nicht da. Angst vor Verlust zum Anikertagung. Werden und Schicksal verleten. Heilt bin ich keine. Entschlossen uns der Leut. Du hast den Entschlossen noch mit dich ganz allein. Und alles du hast. Er setzt deine Lassen. Du hast den Entschlossen heute zu sein. Wie konnte mir das entfallen? Wie konnte mir das entfallen? Das war der Anfang von all den Qualen. Der Tag als du fortgingst. Der deutlichste Tag. Wie konnte mir das entfallen? Und da.